Es gibt einen neuen Fantasy-Roman, den ich sehr gerne weiterempfehle und zwar heißt diese Neuerscheinung Merlin und Delilah, geschrieben von Petra Maria Scheidt, erhältlich bei www.bott.de oder im Buchhandel natürlich und dieses spannende Abenteuer erzählt die Geschichte von einem Mann und einem Mädchen, Merlin und Delilah. Die sind knapp dem Krieg entkommen und müssen jetzt hier im scheinbar sicheren Land gefährliche Abenteuer bestehen. Ein Fantasy-Roman, der ab zwölf Jahre freigegeben ist, weil es darin auch einige heftige Szenen gibt. Ich möchte natürlich nicht zu viel verraten. Band 1 hat kurze 84 Seiten, kostet dafür aber auch nur 4,95 Euro. Das kann sich jeder leisten und es lohnt sich wirklich. Ein Buch für die Schulbank. Und dann wird das erste reserved. Ich möchte ganz schön. Und dann ist das erste Mal. Und dann wird das erste Mal. So ist das nächste Mal.